Hi, mein Name ist Zanyadi und in diesem Video zeige ich euch, wie ich das Diadem für mein Jessamyn Cosplay gemacht habe. Wie immer habe ich mir ein paar Vorlagen ausgeschnitten, die ich als Schablon nutzen werde. Erst einmal beginne ich mit dem Hauptstück, welches ich aus 3 mm pro Form ausschneide. Sobald es fertig ist, geht es weiter zu den kleineren Akzentstücken, die ich aus handelsüblichem Moosgummi ausschneide. Die kleinen Löcher, die auf der Vorlage zu sehen sind, markiere ich erstmal nur mit Punkten, da ich diese Löcher später ausstanzen werde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Ausstanzen nutze ich eine einfache Lochzange mit ihrem kleinsten Stanzeisen. Sobald die Akzentstücke komplett ausgeschnitten sind, nutze ich einen Perlenstift, um die kleineren Details aufzumalen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Farbe noch nicht komplett ausgehärtet ist, habe ich diese kleinen blumenartigen Formen ausgeschnitten und auf die Farbe angedrückt. Sobald sie also ausgehärtet ist, werden diese Formen ebenso fest sein. Ich lasse die Perlenstiftfarbe also erstmal trocknen und in der Zwischenzeit nehme ich mir mein Hauptstück zur Hand und schneide schmale Streifen aus Moosgummi aus, die das Diadem umranden sollen. Ich trage beidseitig Kontaktkleber auf und lasse ihn leicht antrocknen, ehe ich das Moosgummi auf das Profum drücke. Kleine Lücken und lasse erneut alles trocknen. Sobald alle Teile komplett getrocknet und fertig für den nächsten Schritt sind, nehme ich mir einen Becher mit etwas Wasser und FlexiPaint zur Hand und vermische beides, um das FlexiPaint etwas zu verdünnen. FlexiPaint ist eine gummiartige Farbe, mit der man gerade Schaumstoffe gut grundieren kann, um eine glatte, aber dennoch flexible Oberfläche zu bekommen, die beim Biegen nicht reißt. Kaum ist das FlexiPaint getrocknet, bemale ich die Teile mit schwarzer Acrylfarbe und klebe sie anschließend mit Kontaktkleber zusammen. Sobald alle Teile mit Schlauze und dennoch vor allem in der KastikPaint Klänge mit Schlauze und die KastikPaint schwarzer Acrylfarbe und die KastikPaint und die KastikPaint und die KastikPaint Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Perlenstift habe ich noch zwei kleine Akzentlinien zum Diadem hinzugefügt und nun wird alles Gold gesprayt. Nachdem die Goldfarbe etwa einen Tag trocknen konnte, habe ich mit dem Aufkleben der Schmucksteine begonnen. Zum Kleben habe ich aber keinen normalen Leim, sondern UV-Gestrat genutzt. Anschließend habe ich zwei Nagellacke miteinander vermischt, um den richtigen Türkishund zu erlangen und habe damit das Diadem bemalt. Untertitelung des ZDF, 2020 Nun kommen auch noch die letzten Schmuckstange drauf und das Diadem ist optisch zumindest fertig. Allerdings muss man es natürlich noch an der Perücke befestigen können. Dazu nehme ich zwei Perückenclips, die ich erst mit Kontaktkleber auf die Rückseite klebe und anschließend noch mit Black Warbler Streifen befestige. Hier haben wir drei Perücke befestigen. Hier werden wir zwei Perücke befestigen. Hier werden wir drei Perücke befestigen. In der Perücke befestigen Sie sind wie eine Perücke befestigen. Dann nehme ich zwei Percke, um den Pergastigen in der Perücke zu erlangen. Und fertig ist das Diadem!